Von der Echsen, die da außen stattfinden wird, auf den Sonderprüfungen der ersten Hirta-Kärnte-Rallye 2016. Das habe ich schon gehört. Heimo, wie geht es dir denn vor der ersten Prüfung? Ja, im Moment geht es mir gut. Passt, passt. Ich habe gerade vom Steffen gehört, es ist unglaublich was loslassen an den Fans, oder viele Fans sind draußen an der Strecke. Ist das eine lässige Geschichte, wenn man da viele Fans hat? Ja, selbstverständlich. Heimrally für die zwei. So, dann kommt Niederösterreich wieder an die Reihe mit einem Renault Bio Sport, auch wunderschön aufbereitet. Oder das muss man da sein. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020